Höh. Ja ich hab in sein Arm geklaut. Ich hab sein Arm. Lass los. Das ist mein Arm. Ja. Geil. Hey Leute. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Happy Wheels. Ähm... Ja wir gehen diesmal ähm... Prozent Westling Levels an das heißt das sind so eine Levels wo ihr mit Space also festhalten so agieren müsst Leute umschmeißen ist so wie man es bei Wrestling kennt und das in Happy Wheels ja das wird ja schon mal sehr spaßig wir gehen in gut bewertete Levels rein Prozent wie ich darüber gekommen bin Prozent der gute Fabian hat so eine Montage gemacht da hat er mir dann das Wrestling gezeigt das fand ich eigentlich sehr cool und ja das kann ich euch mal hier verlinken wenn ich es nicht wieder vergesse ich vergesse es immer gerne okay das habe ich jetzt nicht verstanden lol leicht sinnlos okay egal machen ein anderes Wrestling Kick Face Wrestling okay dann kicken wir mal in den Face oh ja BAM in your face bitch nochmal ja ich hab's geschafft ich hab zwar ein bisschen Leid von mir getragen aber das ist denkmal nicht so schlimm ich kicke hier nochmal ins Face BAM bitch ich muss dich töten na komm stirb guck mal wie ich ihn töte Leute guck mal wie ich ihn töte oh 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 wir sind zusammen wir sind zusammen Leute wir sind andere wir sind eine Person wir sind eine Person wir sind eine Person ooooo ooo 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 und nochmal wiii ooo ooo in your face ooo 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 und noch das letzte Mal ooo ooo Ach so geht das, man muss aufrecht stehen. Okay, dann machen wir es nochmal. Ey, das Wrestling, das macht einfach nur so Spaß, Leute, macht das auch mal, macht das auf jeden Fall. PewDiePiepieRWrestling, okay. Wenn ich weiß, wer PewDiePie ist, der sollte auf jeden Fall mal ihm vorbeischauen. Lol, was ist das denn, wir reißen das Kind einfach mal so ganz kackfresh die Arme ab, äh, die Beine ab, okay. Nochmal. Aaaaaaaaaaaah, komm ey du Kind! Ja was ist das Wrestling? Ich hab das Kind das Arme geklaut! Äh, Bein abgerissen! Hehehehehehe Aber ey kick mich nicht in die Fresse, du Bitch! So, okay, nochmal. He! Beine brechen, ich muss dich kürzen, du Kackvieh! Okay. Ähm, anderes, 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 anderes. Wrestling! Hallo? Ich nehm dich jetzt hier und ramm dich so voll durch die Glasgegend und so und noch weg. Tschüss! Okay, das können wir besser. He! Wo ist sie hin? Hallo? Oh. Hehehehe Der war der... Waaah! Äh, lol! Was, was, was ist das denn für ein... Ah, gah, 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 ich bin tot. Nochmal. Da ist irgendwo ne Mine drin. Nochmal, das können wir besser. He! Runter mit dir. Und nochmal. He! Ah! Wir sind so schlecht, war und rum, tickt die nicht. Ah, die ist, die ist weiter rechts. Sieht halt die? Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, ach, dann halt nicht. Puh! So. Wrestling, Chris. Okay. Okay. Ähm. Wer? Okay, ich hab keine Ahnung über Wrestling. Ich geh einfach mal in den ersten rein. Oh, das wird schon richtig sein. Wuh! Wuh! Okay, doch nicht. Ich... Da... Das ist, glaube ich, nicht so richtig und so gedacht, dass man, äh, so ein Ding im Arsch stecken hat. Okay, dann war's falsch. Ah, dann machen wir einfach mal auf gut Glück und springen ins nächste rein. Wui! Oh, okay, das war's falsche. Nochmal. Hü-hüpf und hüpf und... Jaaaaah! Baa-hahaha! Ich hab mich selber gespalten. Durch mich selber, also durch das Ding hier. Nicht schon wieder... Oh, cool, ich hab keine Beine mehr und keine Arme mehr. Weg mit dem Plunder, wir brauchen das schon. Okay, ich werd diesmal nicht... Ohne das Ding... Oha, ohne das Ding... Oh nein! Ach komm, fall... Baaah! Nochmal. Ich bin gespannt, was der uns hier so erwarten wird. Ach, ich schaff da. Okay, doch. Okay. Egal, ohne Beine weiterfahren Ja, das musste der gewesen sein Ja, richtig Jetzt hab ich keine Beine und keine Arme mehr Ah Wrestling Chris ist langweilig Braucht den Scheiß schon Wrestling Ne, Wreckling Wrestling, okay Oh, cool Nein, ach, wieso Boah, geile, geile Scheiße Geile Scheiße Ja, ja Ja Ja, 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 ja Ich habe die Folge gedrung noch mal Bitchingen Ja, und nochmal töten Yes Mal, wo ist mein Kopf? Das macht so empfangen einfach Leute Und nochmal Okay, jetzt bin ich getroffen und dann nicht Ich lebe noch Ich habe nur meine Beine verloren Und jetzt ist alles Aua! Wohin falle ich? Racing macht aber auf jeden Fall Fun. Komm, stieh ab! Ja! Ne, he, he. Was war das denn? Nein! Fail. Okay, nochmal. Ah! Yes! Und Batista Bomb! Bam! Geile Scheiße! Racing macht so Fun, das macht einfach so Fun. Ähm, Lead Wrestling. Okay. Ähm, mhm. If you break your arms, versuche... Also, wenn du deine Arme brest, versuche es nochmal. Ähm. Speichere und bewerte, was auch immer. Bla, bla, bla. Okay, was ist das? Hä? Ich verstehe das nicht! Ich verstehe das nicht! Tschüss! Ach so. Man musste sich nach unten schmeißen, okay? Höh! Hallo? Ja, oh, ich hasse das, wenn der das so fest... Wenn der sich so festhängt. Höh! Ja, ich hab die Mutter genommen. Oh, ich hab dich! Ich hab... Oh, ich hab da... Okay. Nochmal. Ach, ich mach's nicht mal hinten. So, gut ist die Sache. Okay, das war vielleicht doch nie so gut. Anderes Level. Ähm. Not safe wrestling. Okay. Gehen wir mal... Was hat denn das mit Wrestling zu tun? Okay. Höh! Okay. Das war kacke. Okay, nochmal. Höh! Ja, ich hab dich! Und jetzt, mein Freund... Höh! Wirst du dich verabschieden? Ich hab deinen Arm. Cool, guck mal, Leute, ich hab... Ich hab deinen Arm. Höh! 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 Gib deinen Arm her. Ich hab deinen Arm. Höhöh! Höhöh! Ich schmeiß mich deinen Arm ab. Wiii! Nein, ich hab ihn nicht gewischt. Nein, nein, nein. Höh! Höh! Ich lebe noch! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Ich bin tot. Nochmal. Wiii! Ich zerquetsche ihn voll mit meinem Arsch. Oh nein, ich hab ihn wieder nicht geschafft. Arschbombe! Voll rausgefallen. Yeah, genauso wie es sein soll. Höh! Ach, komm. Nochmal. Ja! Oh, schon wieder der Fail. Wäh! Wäh! Ja, jetzt hoff ich's auch. Ja, ich hab seinen Fuß! Ich hab seinen Fuß, Leute! Höh! Höh! Ah! Ah, jetzt geh ich voll mit meinem schönen Darm über ihn rüber. Mhh! Lecker. Okay. Es ist nicht wirklich lecker. Ich weiß, wir machen jetzt mal... Rupport Wrestling oder Rupport Wrestling. Oh, sorry. Äh, Problem mit Internetversuch ist erneut. Oh, sorry. Okay, was machen wir dann? Ähm. WWE Wrestling 3. Ich schnappe dich! Oh nein! Lol! Lol! Ich hab mich selbst getötet, oder? Ne, ich lebe noch. Egal, nochmal. Das war nicht so gut. Höh! Ich hab's nicht geschafft! Nochmal. Ich muss ihn packen, Leute. Ich muss ihn packen. Höh! Höh! Ich hab ein Glas Spitter im Kopf! Und einen Abust und einen Stock im Penis! Höh! Ich hab ihn. Yes! Höh! Wir kleben zusammen! Wir sind seelenverwandt! Wir sind seelenverwandt! Oh! Ein Traum! Okay, anderes Level. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Deswegen machen wir mal Buy Wrestling Ultra. Mhm. Ja. Ah, cool. Wiii! Ich komme! Aua. Aua. Warum müssen die Dicken auf einem Mann drauf fliegen? Das ist nicht toll. So, okay, nochmal. Höh! Voll daneben geflogen. Höhöhöh! Ich hab mein Bein verloren! Aua! Was ist das für ein sinnloses Wrestling? Also, das ist einfach nur sinnlos. Okay. Wrestling! Wai! Yaha! Mein Kopf ist weg. Nochmal. Höh! Ich hab ihn, Leute! Ich hab ihn! Rumdrehen! Und... Aaaaaaah! Er macht Hinschen und er macht Platz ohne Kopf. Oh, das ist so sinnlos. Das Spiel ist so sinnlos. Aber was macht so viel Spaß? WWE Wrestling! Nein! Nein! Wie langweilig... Hallo? Wie langweilig war das denn, bitteschön? Höhöh! Ja, ich hab ihn seinen Arm geklaut! Ich hab seinen Arm! Lass los! Das ist mein Arm! Ja! Geil! Nochmal. Höh! Kopf! Ach, die meinen das damit! Äh, das hab ich irgendwo mal gesehen, ich glaub beim Wrestling, dass sie den Kopf packen, so gebeugt gehen. Oh, mein Arm! Genau, 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 und dann so, äh, die verletzten, okay, aber nie so schlimm, daten, dann Bein abfällt's nicht, er schwammelt rum, rumschwabbel, 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 rumschwabbel. Okay, das ist geil, das ist geil, Justin, das ist für dich! Hei! Er ist tot! Er ist von uns gegangen! Nein! Nochmal. Höh! Nein! 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 Aua! 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 Höh! Ja! Hör! Ich hab Justin übernicht gekillt, der ist nur noch um den Lappen! Höh! Höh! Ich schmeiß ihn weg! Oh! 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 Ja! Ja! Uh! Okay. Ich weiß, ich drehe leicht bei diesem MP durch, aber das... muss einfach sein. Jetzt fahren wir mal mit der Mutter und machen damit mal ein paar Athletikübungen. Oh! Da ist ein Auto über mir! Ach, wir dürfen die erschlagen mit dem Auto? Geil! Geil! Aua! Nein! Wie brutal ist das Spiel an! Okay, ich bin weg! Oh! Ach, man durfte sich da nur ranhacken! Boah! Boah! Voll der Geschlechtsverkehr mitten auf ihm drauf und er ist zerplatzt! Oh! Weg! Weg! Nein! 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 Ich schaff's! Ich schaff's! Aua! Nochmal. Tschüss! code! Boah, wie die Essen gestöhnt hat. Okay, anderes Level. Da gibt's schon geile Ideen. Eigentlich announcements. Aber ich kenne halt die ganzen Namen nicht, was es hier für verschiedene Kategorien gibt. Das ist das... Vielleicht einfach mal googeln oder so. Oh, ich hab ihn! Ich hab ihn mit einer Hand! Oh, mein Leck! Oh, mein Leck! Nochmal. Wee! Arschbombe! Oh Gott, mein Arm! Meine beiden Arme! Oh, wo ist die Mutter hin? Okay, nochmal. Wee! Er wurde voll weggerannt und so, ne? Und so. Okay, oh, ich... Ah, Alter! Hö! Ich komme! Oh, habt ihr den Sprung gesehen, Leute? Habt ihr den Sprung gesehen? Also, wenn der nicht mehr episch war, dann weiß ich auch nicht. Nochmal. Wee! Ich hab ihn... Die hat mich gespalten! Die Alter hat mich gespalten! Nochmal, eins zum Abschluss. Ich war noch nicht bereit! Wartest du mal auf mich? Lol, wie er gestorben ist. Guck mal, mein Arm wackelt. Oh, ich bin tot. Halt, stopp! Alter, wer ist immer so schnell? Nö! Nein! Oh, Mann! Du bist viel zu schnell für mich! Nochmal. Los! Ja, ich hab dich! Hahaha! Tschüss! Ja! Sauerreich! Ich bade jetzt in dem Blut drin. Oh, alles durch die Gegend. Oh, ist das geil! Wow! Wow! Nochmal. Yay! Wow! Wow! Okay, Leute, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vorschläge in die Kommentare. Bis dann! Wee! Ausí! Aus書.